Hallo und guten Tag, mein Name ist Ulrike Zeller. Ich bin Anwältin für Datenschutzrecht, Medienrecht, Urheberrecht und andere Persönlichkeitsschutzrechte und ehrenamtlich Obfrau von Wikimedia Österreich, Gesellschaft zur Förderung freien Wissens. Unser Verein hat nicht nur zufällig einen ähnlichen Namen wie eine der bekanntesten Online-Enzyklopedien, sondern das liegt darin, dass Wikimedia an sich eben eine weltweite Bewegung ist, die sich grundsätzlich konzentriert um die Wikimedia Foundation mit Sitz in San Francisco und diese Bewegung insgesamt hat das Ziel, freies Wissen zu sammeln, zu fördern und auch zu verbreiten. Wikimedia Österreich wurde 2008 gegründet und ist der quasi ortsansässige Förderverein der Wikipedia und ihren Schwesterprojekten. Wir bemühen uns, mitwirkende Vereinsmitglieder, aber auch Community-Mitglieder dabei zu unterstützen, eben genau das zu tun, nämlich freies Wissen zu generieren und auch weiter zu verbreiten. Unsere Ziele sind daher einerseits die Förderung dieser Sammlung und des Verbreitens, andererseits aber auch die Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung und zu freiem Wissen. Was sind denn diese freien Inhalte, dieses freie Wissen, das wir da unbedingt fördern wollen? Freie Inhalte haben wir in unserem Verein für uns so definiert, dass das alle jene Werke sind, die von ihren Urhebern unter eine Lizenz gestellt werden, die es jedem bzw. jeder gestattet, diese Werke kostenlos zu verbreiten und zu bearbeiten. Unsere Prinzipien gehen davon aus, dass das Bedürfnis, nach Wissen und Erfahrungen zu teilen, in gewisser Weise ein Grundbedürfnis ist. Und daher ist es für uns eben auch wichtig oder daher bedeutet für uns freies Wissen vor allem auch der Zugang, der freie Zugang zu Wissen. Das beinhaltet neben der technischen und auch inhaltlichen Fähigkeit, Wissen überhaupt zu sammeln, zu vermitteln und weiterzugeben, auch die Zugänglichkeit und Auffindbarkeit dieses Wissens und das möglichst barrierefrei und niederschwellig. Wir versuchen, diese Ziele zu erreichen, indem wir eben einerseits unmittelbar Mitwirkende an der Wikipedia, den Schwesterprojekten oder anderen Projekten fördern. Wir arbeiten auch viel mit Partnern aus der öffentlichen Verwaltung, aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, Kunst und Kultur zusammen, um eben eine möglichst breite Bewegung zu gestalten. Diese Projekte müssen nicht immer ein Wiki davor haben im Titel, sie werden auch von uns gefördert und begrüßt, wenn es sich um andere Inhalte handelt. Wir haben zum Beispiel den österreichischen Preis des freien Wissens vergeben. Die ist aus Anlass des Public Domain Day, der ist am 1. Jänner jeden Jahres und feiert sozusagen das Ereignis, dass Werke, deren Urheberrecht abgelaufen ist, jetzt in die Public Domain übergehen, also frei verfügbar werden, frei nutzbar werden. Letztes Jahr wurde dazu ein ganzer Public Domain Month ausgerufen, im Jänner. Und wir haben im Zuge dessen eben Organisationen und Personen geehrt, die sich genau dafür einsetzen, nämlich für die Sammlung und auch das Zugänglichmachen zu freiem Wissen. Das ehrenamtliche und das zivilgesellschaftliche Engagement sind unser Herz und Seele. Ohne dem geht es nicht. Und deshalb haben wir auch einerseits versucht, mit diesem Preis dieses Engagement hervorzuheben. Andererseits bemühen wir uns auch ständig, eben Partner zu finden, mit denen wir dieses Engagement fortsetzen können. So, Wikipedia. Es ist nun mal so, es ist unser bekanntestes Aushängeschild. Die Wikipedia wurde 2001 gegründet und ist seitdem nun mal, glaube ich, nicht nur die größte, sondern jedenfalls auch die bekannteste Online-Enzyklopädie. Daneben gibt es aber viele andere Wikimedia-Projekte, die zum Teil auch schon sehr bekannt sind, aber auch jedenfalls bekannter werden. Dazu zählt einerseits Wikimedia Commons. Das ist eine Sammlung von freien Mediendaten, beziehungsweise Mediendateien wie Bilddateien, Tondateien. Diese dient als Medienarchiv für andere Projekte, zum Beispiel die Wikipedia. Wenn also auf der Wikipedia ein Artikel über eine Ortschaft, ein technisches Verfahren, eine Kamera mit einem Bild illustriert werden soll, kann derjenige, der diese Bebilderung vornehmen möchte auf Wikimedia Commons schauen, ob es dort ein frei oder möglichst frei lizenziertes Bild gibt, das er für diesen Artikel verwenden kann. Ohne sich Sorgen machen zu müssen, Urheberrechte, Bildnutzungsrechte oder Ähnliches zu verletzen. Ein weiteres Projekt, das auch von uns in den letzten Jahren forciert wurde, ist Wikidata. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Wissensdatenbank von frei bearbeitbaren Daten. Klingt jetzt etwas weniger greifbar als vielleicht die Wikipedia, ist aber gerade in Zeiten von beispielsweise Gesundheitsforschung im Zusammenhang mit Corona wieder sehr deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass es allgemein zugängliche, frei verfügbare Daten gibt, die nicht nur einer gewissen Institution vorbehalten sind, die nicht unter gewissen Auflagen stehen, sondern die frei verarbeitet werden können. Wir betreiben auch das zunehmend erfolgreiche Projekt Wikiversity. Dieses Projekt soll die Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Studierenden und in Wikimedia-Projekten engagierten fördern. Vor allem auch etwas die Skepsis von Universitätsangehörigen abbauen, beim Arbeiten mit und in Wikipedia beziehungsweise eben Wikiversity. Weitere Projekte, wie gesagt, es gibt viele. Es gibt nur ein paar, die ich extra aufgelistet habe, um einmal einen Überblick zu haben. Das wäre eben Wikisource, dort werden Lehr- und Lernmaterialien gesammelt und zur Verfügung gestellt. Wikibooks ist gedacht zur Veröffentlichung von freien Büchern. Wikionary, wie der Name schon sagt, ein Wörterbuch, wird übrigens auch oft genutzt für gesellige Abendspiele. Und Wikivoyage ist auch ganz praktisch manchmal. Das ist im Endeffekt eine Reiseführer-Datenbank. Gut, wie gelangt also ein Beitrag auf beispielsweise die Wikipedia? Was ist dort gerade im Zusammenhang mit Veröffentlichungen und Zitaten zu beachten? Zitate sind, wie überall, nach der jeweiligen Rechtslage zu beurteilen. Zitate sind daher nur dann zulässig, jetzt im deutschsprachigen Rechtsbereich, wenn sie einem Zitatzweck dienen und eine Eigenleistung des Autors vorhanden ist, der das verarbeitete Werk nur eben mitverarbeitet, aber nicht abschreibt. Genau so oder genau das liegt eigentlich auch den Zitierregeln auf der Wikipedia zugrunde. Entsprechend unerwünscht sind dementsprechend auch Auflistungen bloßer Zitate, weil da die Eigenleistung des Autors schlichtweg fehlt. Wie gesagt, hängt das vom jeweiligen rechtlichen Rahmen ab. Deshalb sind die Vorgaben beispielsweise auf der englischen Wikipedia abweichend von der deutschen. Ein weiterer Punkt oder eine weitere große Frage im Zusammenhang mit dem Arbeiten mit und auf Wikipedia oder anderen Projekten ist natürlich die Frage, darf ich das? Darf ich dort Texte übernehmen? Darf ich Bilder übernehmen? Und wie darf ich das? Die Wikipedia, die Wikimedia-Projekte wie auch Wikimedia Commons zum Beispiel bedienen sich dazu der Creative Commons Lizenzen, dieser sogenannten CC-Lizenzen. Auf der Wikipedia werden Artikel beispielsweise immer unter einer CC BY SA 3.0 Lizenz veröffentlicht. Das klingt total kryptisch. Ist dadurch bedingt, dass die CC-Lizenzen ein gewisses modulares System haben, aus dem sich der jeweilige Urheber, der Autor aussuchen kann, welche Werknutzungsrechte er den anderen Nutzern zur Verfügung stellen möchte. Das sind sozusagen Werknutzungsbewilligungsschablonen, sodass nicht immer individuell eine Vereinbarung ausgehandelt werden muss. Das reicht von einer CC 0 Lizenz, bei der auf sämtliche Rechte seitens des Urhebers verzichtet wird, bis hin zum vollen Copyright, das es in diesem Wording in der österreichischen Rechtslage nicht gibt, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Alle Rechte liegen beim Urheber. Dazwischen gibt es eine große Bandbreite, die reicht von es ist ausreichend, wenn der Urheber genannt wird, bis hin zu, es muss der Urheber genannt werden und zusätzlich das neue Werk, das aus dem verwerteten Alten zusammen mit den Inhalten des Autors entsteht. Dieses neue Werk muss wiederum unter einer ähnlichen oder gleichen Lizenz veröffentlicht werden. Warum jetzt auf der Wikipedia dieses Lizenzmodell, wo wir doch von freiem Wissen sprechen? Es klingt jetzt einschränkend auf den ersten Blick, hat aber auch den Hintergedanken, dass Inhalte, die mit diesem freien Wissen generiert werden, nicht strenger lizenziert werden, nicht eingeschränkter weiter genutzt werden können als der beispielsweise ursprüngliche Wikipedia-Artikel. Zum Hintergrund muss man vielleicht auch noch sagen, die Wikipedia ist ein Community-Projekt. Alle Regeln, alle Veröffentlichungen werden von den einzelnen Mitgliedern mitgetragen und vor allem auch ausgehandelt. Es gibt zwar die Wikimedia Foundation als Trägerorganisation, es gibt uns als Förderverein, aber es gibt keine übergeordnete Instanz, die von oben herab vorgibt, so funktioniert es und nur so. Diese Regelungen hat die Community erarbeitet und so entwickelt auch die Community natürlich die entsprechenden Vorgaben, wie sie ihre Inhalte weitergeben möchte, darf und kann. Um nochmal kurz zu uns zurückzukommen, Wikimedia Österreich fördert also freies Wissen in Österreich, wobei jetzt vielleicht ein kleiner Eindruck entstanden ist, was wir damit meinen. Es vereint die Menschen, die sich für freies Wissen einsetzen, indem wir versuchen, diese zu unterstützen, sowohl in ihrer Arbeit als auch in ihrer Sichtbarkeit. Wir sind außerdem eine stets lernende und verantwortungsbewusste Organisation. Wir arbeiten immer an unseren Organisationsstrukturen, aber auch an den Möglichkeiten, wie wir eben Community oder auch Vereinsmitglieder unterstützen können. Und wir ordnen uns dieser weltweiten Bewegung zur Förderung freien Wissens zu, um auch zu zeigen, freies Wissen hat keine nationalen Grenzen. Dankeschön.